Es ist Mittwoch, meine Kerle. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Brüder, es ist Mittwoch. Willkommen zurück zu Fortnite auf der Switch. Und heute geht's rein in den geheiligten Item-Shop. Wir werden jetzt reinlunzen. Gestern gab's ja den Iris-Skin als große Neuigkeit und als große Besonderheit im Shop. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Let's go! Ähm. Bruder? Ich glaube, er musste sehr dringend los. Denn es ist wieder mal Mittwoch. Hier haben wir den Shop. Ist, äh, nicht der größte Shop aller Zeiten. Wir gucken aber jetzt trotzdem mal rein. Let's go. Komm, wuff. Lackierung ist da mit dem, äh, sehr schönen Mopser. Ich hab sogar gehört, dass der jetzt einen neuen Stil hat. Deswegen schauen wir hier direkt mal rein. Uh, und das scheint er zu sein. Sehr, sehr coole Angelegenheit. Ich find den gar nicht schlecht, diese, diese, diesen Stil. Aber sieht ein bisschen, ja, ein bisschen Army-mäßig aus. Ein bisschen gepanzert. Krank und je. Futternapf ist natürlich auch immer an seinem Rücken, ähm, installiert. So muss es sein. Die Hundetasche auch. Die ist auch wieder da. Und wie gesagt, ach, der goldene Kauknochen hier. Also alles wieder iced out. Ihr seht, es schmeckt. Dann haben wir noch den Fade-Skin. Grüße gehen raus. Season 4-Skin also, ja. Aha, aha. Das wäre mir aber neu, Bruder. Aber scheint wohl so zu sein. Die Kugel des Unheils ist auch da. Und der Schicksalsrahmen mit den Spaltflügeln. Cooler Gleiter. Ja, also das alles hier und vieles mehr ist sehr, sehr gerne gönnbar. Mit dem ehrenwerten Create-Attack RandomKiHD. Vielen, vielen Dank an jeden Ehrenmann, der mich mit diesem Tag hier supportet. Vielen, vielen Dank, Mann. Die Einschlafhilfe. Wir haben schon mal über diese Einschlafhilfe gesprochen. Und über die, ähm, ich sag mal, heiligen drei Stacheln diskutiert. Die uns, ja, in den, äh, in den Nachtflieger reinhauen, ja. Gute Nacht, denkt sich dieser Hängegleiter hier. Sieht auch sehr cool aus. Vor allen Dingen, ich will es nicht jedes Mal sagen müssen. Aber auch hier traumhaft und Nickerchen. So wie die Traumkugel. Nickerchen? Hast du, ah ja, genau hier. Der zweite Stil mit ein paar Extra-Kissen noch oben drauf. Sehr ehrig. Wirklich sehr ehriger und jähhafter Skin. Wir machen weiter mit der Expertin, die auch wieder am Start ist. Zusammen mit dem Tech-Laptop. Ein Lama-Symbol als Apple-Ersatz. Aha. Sehr, sehr cool. Der Lautscheiß-Skin. Oder auch Lightshow. Oder auch... Wenn man sich jetzt diese Haarfarbe anschaut. Könnte das auch Rin sein? Man ist sich da nicht ganz sicher. Der Lightshow-Rin-Skin. Oder auch der Skin, bei dem ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Ich krieg's einfach nicht hin. Hm. Der Sackse von Groove. Sehr heilig. Auch bei diesem Skin hier, äh, oder? Es ist früh am Morgen. Ich bin eben erst aufgestanden. Ich entschuldige mich für meine ganzen Flatulenzen. Ah! Na jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Bei der Musik hier. Da muss auch der Bruder hier sehr zischen. Wenn wieder mal Mittwoch ist. Hm. Ah! Na ja, gut. Ja, der Sackse von Groove. Ein sehr schönes Musikstück. Sehr günstig. 200 V-Bucks. Also hinein da. Wir machen jetzt auch natürlich hier den Je-Tanz-Battle des Tages. Guck, welcher Tanz hier denn gewinnt. Signature-Shuffle. Auf jeden Fall ein kranker Shuffle mit Animationen. Mit einem sehr wilden Tanz. Sieht einfach vollkommen aus. Dazu natürlich hier schwer beschäftigt. Das sind die Handy-Kicks. Die kompletten Handy-Kicks, die gibt es aber mit diesem anderen Emote. Der vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ihr wisst genau, wer ich nicht meine. So. Letzter Tanz hier. Bombastisch. Und... Ich würde euch wirklich erraten. Kauft euch diesen Tanz. Er ist lit. Nicht nur mittwochs. Vor allem fällt mir auch gerade auf, dass solch ein Je-Tanz hier am Mittwoch rausgeschallert worden ist. Ja, und man möge sich jetzt mal vorstellen, wie es wäre. Diesen Tanz. Naja, zu tanzen mit der stachligen Streiterin. Es wäre wirklich sehr interessant mal rauszufinden, wie es wäre, dass mittwochs mit diesem Skin zu... Ja, man. Das sind die Vibes, die wir brauchen für den Mittwoch. Das ist auch der Gewinner des Je-Tanz-Battle des Tages. Bombastisch. Moin, moin. Und Servus. Das wäre es mit dem Video hier. Das war der heutige Shop. Nichts allzu spannendes, aber der neue Mopser-Stil, der auch hier angezeigt worden ist. Sehr, sehr, sehr coole Angelegenheit. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und je.